Helmut Kohl Picasso Aber der war fast, der Helmut Kohl war nicht ganz so alt wie Chuck Berry, der ist ein paar Tage früher gestorben Und der hat einen Song geschrieben, den ihr alle kennt, mitsingen könnt Was macht der? Einfach einen Chuck Berry Song Das ist bei Chuck Berry auch immer so gewesen Die Jungs haben gefragt, was will man jetzt für einen Song? Ein Chuck Berry Song hat er gesagt Ich bin gespannt, welchen Ton hat er denn? Den Arthur Arthur, ah! Ah! Oh! Ah! Oh! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020